heute kommen zum 6. Porto und wieder ist frei dabei und wir starten mit dem Panzerkopf oder? Hi! Ja, von mir aus! Und Yasin ist wieder dabei! Und jetzt fast, wer willst du sein? Willst du Yoshi oder so ein großer Goldbild? Nein, ich will Uchi sein! Und warum? Darum, weil wir jetzt schon spielen! So, das ist jetzt erst mal Führung weiter! Machen wir mal die Karte an! Okay! Nein, ich hab vergessen, mein Bike zu wechseln! Ja... Scheißegal! Jetzt kommt es den Oberst auf den Rücken! Machen wir sie im nächsten Port! Bereit, vergiss dein Bike! Tu einfach, als wenn es das Goldkort! Was Laura schon haben, gell? Ja... Wann mit dem Ding komm ich nicht richtig zufrieden? Ich hab' den Rücken! Und das ist doch innen! Das ist doch innen! Das ist doch innen! Nach innen kann ich nicht fahren! Und das ist doch innen! Oh! Alter Toilette ist nicht gut. Was ist Toilette? Ja. Ist die Schweine gut oder ist die Mega gut? Die kommt über vorne, ja, ja. Wie gesagt, News gibt es jetzt noch nicht. Auf jeden Fall haben wir den November. Und das heißt, dass die neuen Cups bald frei kommen sollten, gell? Unternachs Jahre auch? Ja, frei kann auch sein. Und meine Karts dafür. Oh Gott, komm mal rum, alle gegen diese scheiß Kühe, diese Nervenbauer. Ich bin noch keiner. Warum kommen alle gegen die Kühe? Ich bin grad eben gegen die Kühe gefällt. Aber alle, alle gegen die Kühe, aber ich nicht. Wenn man erst ist, sind die Kühe auch ganz schön auf der Strecke. Dann hören die auch gerade. Oh, Alter, ich hab ne Winterfälle. Ja. Wie gesagt, die neue Karts sollten bald frei kommen, gell? Ja. Ich begann doch mit dem Karts. Er hat 10 Münzen auch noch. Das Goldkopf ist ein bisschen schneller als das, aber das ist egal. Ich hab aber gewonnen mit dem Karts verloren. Nee. Ja. Guck mal. Hier kann man denken, dass es nicht gut ist. Guck mal. Äh, ganz kurz, aber das ist ganz schnell. Ja. 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 Okay, warte mal. Ja. 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 die 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 ein was ja 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 ich bin in der vollen Uhr Alter halt so Schau dir auf in der vollen Uhr Alter Alter Der Luper ist schlimm. Ja, es hat ein neues Bike für Linken eröffnet. Das Link-Bike. Nein, das heißt Epona-Bikes da nicht mehr dazu. Das ist wie Epona. Du kriegst die ganze Zeit so geilen Items und ich hätte von allen gewonnen gekriegt irgendeinen Schnellpilz. Ich hab drei gehabt. Ja, okay. Und ich war hinter dir vorhin und du hast drei gekriegt und ich krieg eine. Das ist bitter. Wir hatten weiter. Das ist richtig scheiße. War kein Level mehr. Naja, ist aber auch nur ein Spiel, oder? Ja, aber das finde ich irgendwie fies von den Entwicklern. Das hat ihr doch mit Absicht gemacht, dass man irgendwann... Das ist ja nicht hier wahnsinniger Zufall. Ja, und das hat auch das getan. Okay. Das hat ich auch. Da wirst du jetzt neitem gekriegt. Das hat er auch nur ne Wünsler. Was hab ich in mein... in... das hab ich... das hab ich... das hab ich... in mein... in mein... in mein.... in mein... in mein... in mein... wie in mein... Ja, das hast du auch auf deinem DS, ja. Ja, aber wir wissen schon. Ja, das ist gut, das ist gut. Ja, das hast du auch auf deinem DS und das ist gut. Okay, jetzt sind wir ganz gut schön alle. Jetzt freuen wir uns alle. Also, geht ihr Zuschauer, ihr freut euch dann alle. Hör es nicht, dass er uns ein DS hat. Danke, kann man die Leute nicht überholen. Aber er ist gescheitert. Und jetzt hat er ein Tourette überholt. Mit Windschatten. Mit Windschatten. Hä? Na? Du bist voll in den Tochen geknaut. Ja, wegen dem Blitz im Tochen jetzt so. Ich war grad beim Fliegen und... Weil man kann ja ins Wasser fliegen, aber... Aber nicht da, wo ich war. Da, wo ich jetzt fliegen war. Da kann man rein. Stimmt. Chill ma, Wilma. Wilma, chill ma. Wilma, reist meine Oma. Wilma, reist meine Oma. Yeah. Da kommt die Sputmissen. Da kommt mal her. Ich hab grad gesehen, wie die Krebs in Not gegangen sind. Ich hab grad gesehen, wie die Krebs in Not gegangen sind. Oh, da werden noch die Gegner getroffen. Ich hab' den Platz. Oh, da werden noch die Gegner getroffen. Ich hab' den Platz. Oh, da werden noch die Gegner getroffen. Ich hab' den Platz. Ich hab' den Platz. Ich hab' den Platz. Ich hab' den Platz. Du hast aber... Du hast aber... Jetzt kommt kein Level mehr. Das ist schon so echter. Ich hab' den Platz. Willst du noch ein bisschen von der E-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win? ذاeh... Es hat ja eigentlich nen Geschäft getroffen. Und hier ist einer meiner Freunde. Jetzt kopfen mal ab! DIGITZ! SUGMANOR D MARIA Ich dank... Vogts für einen Cargol. Nein... Nein, die hab' ich nicht geschießt! Nyaaaaaaahhhh Nyaaaaaaaahhhh Puh Nyaaaaaaahhhh Nyaaaaaahhhh Also Nacht! Man könnte jetzt den Stern klauen, wenn man dich rammelt. Ich weiß. Sie würde ich nur als letztes nehmen. Nyaaaaaaahhhh Nyaaaaaaah 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 Nyaaaaaah Ich seh dich. Ich tocke dich. Ich is tocke Aua. Ich tocke dich da wo du bist. Da flieh nach oben. Nyaaaaaaah Nyaaaaaaah Ja, voll getroffen. Trotzdem die Logos sind geil. Ich tocke. Ich tocke dich. Da wo du bist. Da wo du bist. Da wo du bist. Da bin aber ich aber du hast Punkt. Ich weiß. Da hockt. Horten hockt. Horten hockt. Horten hockt. Horten hockt. Horten hockt. Horten hockt Horten hockt. Die Horten hockt. Horten hockt. 4 so und an ich habe ihn gekriegt oder ich glaube ich lebe ich einmal vorgekommen 3 ok da war es und sie müssen dort gehen 3 dann ist er okay aber auch nicht